So und da sind wir wieder Back wieder am Start Zu Power Bist du im Keller? Ist doch mal der Kellereingang Oh hier Ich kämpfe doch einfach ohne mich gegen die Verstärkung Ich kann hier nicht die ganze Zeit rennen Das ist ein bisschen blöd Über uns Ich mach euch fertig Ja, Obama Ja, Obama Ja, Obama Ich fahr gleich um Und Ja, ich knall eine von den Gegnern um und die sagt Sweet Shot Hilfst du mir auch? Hallo Ja, gleich Gleich 20 Sekunden wär schön Ja, aber mir erstmal sagen, was die guten und schlechten News sind So, du darfst dir einen aussuchen Nimm den anderen Und verfolgen Wollen wir nachher eine Aufnahmepause machen? Ja Wollen wir nachher eine Aufnahmepause machen? Ja Ja Nach der Mission? Ja Weil dann hab ich schon ein bisschen aufgenommen und dann war ich dort eigentlich Hier mal wieder über Arapais Island Hier waren wir ja schon Wie soll ich dich denn wiederbeleben? Das ist ein bisschen Scheiße Ich kann dir jetzt schlecht helfen ohne den Leutnant zu verlieren Aber ich kann mich auch schlecht dort liegen lassen Oh ja, das Auto fährt auch noch über mich drüber Anstatt den Notarzt zu rufen Und dort hinten müssen wir hin Der ist jetzt weg Und wir müssen es von neu machen Yeah Erneut von Checkpoint Checkpoint Ich habe erneut von Checkpoint gedrückt echt Äh Er ist mal im Krankenhaus da Ja is klar du stehst mal im Krankenhaus wenn ich dem Typen dann hinterherfliege oder wie Jetzt ist blöde Musik freiner to kill him töten folgt mir ist er nämlich schon entkommen nur mal so gesagt ich bin nicht so schnell wieso fliegst du so schnell wieso fliegst du so schnell ja ich bin schnell ich kann dich überhaupt nicht einholen gleich fliegst du wieder irgendwo gegen der hubschrauber bewegt sich gerade indem der sich teleportiert und da wird auf uns geschossen und der hat dich sogar getroffen der kerl aber da ist ja schon das ziel ok wir machen das wie echte männer ok der landet ich freue mich ja wie ist der denn gelandet wer der leutnant der der ich erstmal mach die kerl platt du holst ihn dir töte den da kann man natürlich mit hervorragender themarbeit gewünscht noch mehr fotos von mir gibt es nur auf einer bestimmten seite nein natürlich nicht ja penthouse das ist geil und die bandenanpassung so jetzt hätten wir noch zwei minuten zu füllen und weißt du was wir tun könnten ja mit helikopter fliegen und scheiße bauen mit welchem ach ja oh shit seit wann regnet es mal das hört man nicht wir haben ein fähes wie toll die sind geil die teile deswegen transformer nachher kommen die auch noch in der geschichte und die sind richtig geil die teile ich hab doch das geilste teil guck mal was denn ja der fliegt auf dem kleinen rötter oder ne fliegt auf dem besen verlob was fliegst du auf dem besen ja den gibt es auch im vierten teil der ist aber versteckt der ist schon jetzt total schlecht kann der überhaupt schießen nö so und dann stürze ich mich mal von hier runter wir sehen uns dann auf dem grund alter mit einem mini pool gelandet also in dem whirlpool ja rat mal wo ich jetzt landen werde ich versuch's auf jeden fall und touchdown so und wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder ok 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 so